Ähm, was ist hier hinten? Nichts mehr wahrscheinlich. Wie kann ich noch weiter? Kommen wir anscheinend auch Richtung Ziel. Da ist aber dicht. Okay. Na gut, und hier wieder zurück. Das war wohl nur für die kleine Munitions-Depot-Geschichte. Aber immer noch nichts für unsere Sniper. Das ist wirklich schade. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Muni für. Die ist gar nicht schlecht. Die ist auf jeden Fall besser als die, die wir ganz am Anfang hatten, oder? Ich denke, das ist eine andere. Ah, ich habe wieder vier Schuss. Mal im Nachladen. Also irgendwo müssen wir noch ein paar Sniper sich hier verstacken. Einheiten drei und zwei an der Straße melden. Verkaufsvorführung Nummer eins beginnt in fünf Minuten. Die Verkaufsvorführung Nummer eins beginnt in fünf Minuten. Ende. Nett, dass er mir sein Gewehr noch entgegenschmeißt. Sollte ich auf die wechseln? Ne. Die ist scheiße. Ich glaube, mein Gewehr ist besser, was ich habe. Da kann ich lang, oder was? Kann ich da durch? Ich glaube, da geht es sogar weiter, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da geht es auch weiter. Wo gehe ich denn jetzt am besten lang? Wir müssen gucken, ob das hier ein Geheimgang ist, oder? Achso, das ist die andere Seite praktisch. Ne, das ist noch was Neues. Aber ist trotzdem die andere Seite. Oh, das war Sniper-Muni. Und Plastik-Sprengstoff. Wie sieht das eigentlich hier aus? Oh. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Ah, es sieht ganz gut aus im Moment hier. Es läuft. Es läuft. Und es macht Spaß. Ich hoffe, das ist bei euch genauso. Ja, komm her. Wir machen das schon. Halt's Maul. Halt's Maul. Äfter warten, ich weiß. Solltet ihr auch tun. So, das waren mal drei auf einen Streich hier. Gut. Dann stecken wir uns hier hinter. Es fliegt wohl nicht in die Luft, das Teil, ne? Okay, gucken, ob da irgendwo ein Sniper versteckt sein könnte. Sieht aber nicht so aus. Oder ist das da oben einer? Bin mir grad nicht sicher, Moment. Das ist nur ein Grasbüschel. Okay. Gehen wir weiter. Da. Oh. Panzerraum. Aber tatsächlich voll. Kontrollpunkt. Ist das da jetzt ein Snipertypi da? Ne. Manchmal täuscht das echt. Okay. Okay, da müssen wir auf jeden Fall runter. Aber bitte vorsichtig, ne? Wir gucken mal, ob da irgendeiner rumläuft. Den wir vielleicht von hier oben schon wegsnipern können. Im Moment seh ich grad gar nichts. Da lag ne Waffe. Da könnte ich raufballern, wenn ich will. Das merkt anscheinend keiner. Okay. Soll ich da einfach runter? Okay. Machen wir's. Okay. Du bist ganz sch efficiently. Entfernt. Entfernt. Nee, ne, 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 ne! Hier wird immer dann. Ich seh die, Mann. Äh, der war ganz geil. Was mach ich denn da? Was sind denn alle? Ah, ich seh einen. Gut. Okay. Hab's begriffen. Hallo. Fünf von neun. Der ist weg. Können wir hier reingehen? Warum steht die da alle? Wollten die mich... Oh. Oh. Weg. Öfter wartet. Oh, oh, oh. Da ist der Raketenmeer vor dem. Hey. Ja, jetzt ist er aber gerade... Oh. Ja, cool. Ich kann die Kiste durch ihn durch öffnen. Seht ihr das? Geil. Oh. Verdammte Kacke. Wo ist der Typ? Wo schießt der, ey? Wo schießt der, ey? Den getroffen habe ich ihn. Wir brauchen auf jeden Fall gleich einen Raketenwerfer, weil wir, ähm... Ja, wir müssen gegen einen Panzer kämpfen. Ja. Ich mag mich nicht entscheiden, ganz ehrlich. Na gut. Sniper weg. Ich tue es nicht gerne, Leute. Ich tue es echt nicht gerne. Habe ich den durchsucht? Ja. Aber ich brauche ja irgendwie ein Maschinengewehr, um so ein bisschen... Ja, ich muss ja so ein bisschen auf Nahkampf auch irgendwie ausgerüstet sein. Wenn ich jetzt einen Sniper nehme und einen Raketenwerfer... Das geht nicht. Das verträgt sich nicht. War das gut? Raketenwerfergranate, ja. Ich habe jetzt schon vier Schuss mit Raketenwerfer. Ist nicht schlecht. Auf keinen Fall. Ähm... Und dem Zelt war ja noch was. Hier war noch Waffen. Ach, das ist ein Feuer. Ach, da laufe ich mal eben drüber. Ja, cool. Hier. Panzerung. Haben wir schon voll, oder was? Ich kann nur sechs Stück auf einmal nehmen. Das ist ärgerlich. Na gut. Okay, nehmen wir nochmal eben ein Midi-Pack. Ich trinke einen Schluck und dann geht's weiter. Okay. Gut, nützt alles nichts. Dann muss ich die restlichen Scharfschützen irgendwie mit der Bazooka erledigen. Oh. Nadepunkt. Also ich kann nicht wieder zurück? Scheiße. Voila, Gentlemen. Eine der besten neuen Anschaffungen meines bescheidenen Geschäfts. Wunderschöne Maschinen, wie Sie sicher auch finden. Die sowjetischen T-90. Er ist klassische Ware, die ich Ihnen zu einem wirklich vernünftigen Preis anbieten kann. Hahaha. Vielleicht eine kleine Kostprobe. Und natürlich sind wir in dem Canyon. Ja. Ja. Zerstören Sie den Panzer. Das ist optional. Aber das werde ich tun. Oh, da oben ist er. Ne, der Panzer nicht. Der Sniper. Oh, fuck. Ist er jetzt tot? Sag mal, wie kann man das überleben? So. Darf ich jetzt nochmal zurücklaufen, oder wie ist das? Ich darf noch zurücklaufen? Cool. Ich bin gerade ziemlich langsam unterwegs, aber gut. Ich will mir noch eben die zwei Schuss holen, die da noch lagen. In diesem Zelt. Die ich jetzt verballert habe. In die Panzerung. Sehr gut. Okay. Gut. Natürlich könnte ich die wesentlich einfacher töten, wenn ich mein Scharfschützengewehr behalte. Dann bloß mit dem Scharfschützengewehr kriege ich den Panzer nicht platt. Also muss ich das so machen. Komm her. Laden wir nochmal nach. Oh, ich sehe dich. Erledigt. Ja, das war mal ein guter Schuss. Ich glaube, ich habe einen Scharfschützen übersehen, wie es aussieht. Uh, 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 uh. Ja, danke. Habe ich euch erledigt? Sieht so aus. Okay. Da war nur das Ding drin. Ich brauche noch ein bisschen Panzerung und Energie, wäre nicht schlecht. Na gut, Energie kann ich mir selbst holen, aber Panzerung wäre wichtig. Ja, gut. Ja, ich wollte eigentlich nachladen, aber okay. Manchmal komme ich mit den Knöpfen durcheinander. Was soll's, ne? Von denen war wohl keiner eine Scharfschütze, ne? Das wäre sonst angezeigt gewesen, glaube ich. Gut, dann habe ich das Optionalziel mit den Scharfschützen nicht erreicht. Schade. Muss ich schon wieder tauchen, ja. Okay, da muss ich aber runter. In welche Richtung? Ich sehe keine Richtung, ehrlich gesagt. Äh, da kann man auch gar nicht tauchen. Wo soll ich denn lang? Ist hier noch ein anderer Weg? Habe ich das übersehen? Ist hier eine Nische irgendwo? Ah! Da ist tatsächlich eine Nische. Gut. Gut. Achso, jetzt bin ich selbst auf der Brücke. Cool. Ist das einer? Ne, das ist wohl keiner. Sah erst so aus. Snipey. Snipey. Tja. Ähm. Das ist die Panzerung. Es muss ganz in der Nähe sein. Ach, ich bin schon hier. Ach, du Scheiße. Okay. Was versteckt ihr euch in diesem Scheißding? Ja, genau. Ach, das ist ein Schaflöpfchen. Auf den Panzer. Komm. Zwei Schüsse ist der Panzer kaputt, wenn ich das wirklich in Erinnerung habe. Oder auch nicht. Noch ein? Komm. Die kaputt. Ja. Sehr schön. Jetzt würde ich am liebsten mal eine Sniper wiederholen. Vielen Dank.